Ich stelle Ihnen jetzt die Mini-Etuis von dankgeschenke.de vor. Sind wunderbare kleine Taschen, geeignet als tolles Geschenk, bedruckt in kräftigen Farben und mit Gummiaufdruck mit großen Symbolen. Hier ein Thumbs up. Die Mini-Etuis haben auch eine tolle Innentasche, in die man zum Beispiel SD-Karten reinstecken kann. Ideal sind die Etuis für Shuffle und Kopfhörer. Die passen sehr gut rein und können damit ohne Wirrwarr transportiert werden. Außerdem kann man auch Schmuck oder andere kleine Gegenstände mit den Etuis transportieren. Die Etuis zeichnen sich durch einen besonders kleinen Außendurchmesser aus, 7 cm. Andere am Markt erhältlichen Etuis haben mindestens 7,5 bis 8 cm und sind dadurch deutlich schwieriger in Taschen zu stecken. Die Etuis sind sehr robust und lassen sich nicht eindrücken, deshalb können auch sehr wertvolle Gegenstände damit transportiert werden. Und die Etuis sind erhältlich in 5 verschiedenen Symbolen plus einem schwarzen Etui mit rotem Gummiaufdruck, wo Thumbs draufsteht. Man kann sie einzeln oder auch im 5er Pack mit 5 Symbolen erhalten. Und die Etuis sind sehr gut.